So, Willkommen zurück zur nächsten Folge Slime Ranger. Ich will kein Stein Küken oder wie das heisst haben, ich will ein ganz normales Standard-Chickener, beziehungsweise ich will... ...die Küken haben, ja. Ja, ihr solltet es fressen, ihr Fischer. Boah, seid ihr dämlich. Ja, komm, kack, was aus. Sehr schön. Ähm... Ach, du dämliches Vieh, das wollte ich einsammeln. Ich brauche einfach bloß ein paar Hühnchen, hier, Chicken Nuggets, Chicken Wings. So. Da haben wir Hühnchen, äh, Baby, Dinger. Da kommt nämlich alles bei raus. Ha, ich war schneller als du. So. Ne, das war auch nichts, mein Sammeln. Hier ist noch ein Hühnchen. Ähm, ja. Die haben auch wieder ein bisschen was gekackt. So. 200. Oh, das reicht aber hinten und vorne noch. Ne. Äh. Hühnerstall. Ne, das reicht noch. Ne. Wir können aber mal gucken, für was der Schlüsselgut ist, den ich eingesammelt habe. Das interessiert mich jetzt nämlich auch. Wir hatten insgesamt zwei Tore. Und wir gucken jetzt einfach mal, wo das erste Tor war. Und lasst uns überraschen, was dahinter ist. Äh. Wenn ich den Weg noch finde zu den Toren. Ne, da hinten war es nicht. Hier war es auch nicht. Oh Gott, wo musste ich denn hin? Hier unten bin ich zu Mamas Slime gekommen. Ja. Musste ich hier in die Höhle rein? Geschwästert gar nicht mehr. Äh. Ja. Hier ist das erste Tor. Okay. Interessant. Was? Okay. Meins. Alles meins. Hier ist ja alles vertreten. Läuft. Läuft. Hier ist ja wirklich alles vertreten. Was ist das? Ey, da will ich jetzt mal nicht runterspringen. Der ist explodiert. Oh, geil. So, wie komme ich hier jetzt wieder raus? Muss ich da hier lang? Oh, okay. Was ist das? Was ist das? Hier gibt es noch, äh, zwei Gebiete. Cool. Für was sind diese Kapseln, das muss ich wissen, da ist bestimmt ordentlicher Loot drinnen. Äh, wenn ihr wisst, wie ich diese Kapseln öffnen kann, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Der lässt mich mal wirklich interessieren. Da gab es ein bisschen Geld, hoffentlich für mich. Ähm, ich muss da hoch. ich muss da so genau hier hinten ist nur wasser wir bringen die hühnchen erst einmal weg wir haben jetzt fast das geld zusammen für den hühnerstall und das möchte ja auch so sein wir haben nichts gekackt gut also hier dieses zeug was ich einsammeln und geld war das definitiv slime kacke anders kann man das nicht auslegen so hühnerstall den haben wir auf jeden fall schon mal so slime du kommst wieder raus auch kazi raus und hier ja holt euch doch mal das hühnchen wie dämlich seid ihr denn meine güte sind die fischer doof so da werden wir jetzt natürlich nicht reingucken so eins so jetzt haben wir platz fürs geld so 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 hier ist auch geschützt worden und gleich wieder instant zurück gehen ja ihr könnt mir auch gerne mal in die kommentare schreiben ob ich meine waffe aufwerten kann irgendwie dass ich eventuell mehr einsammeln kann nicht immer nur 20 stück so das wäre echt super wenn das gehen würde so noch mehr slime kacke so 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 Der hat gegessen. So, ähm. Äh. Au, Mann, lass mich doch mal, lass mich doch mal in Ruhe, ihr verkackten Dinger. Ich will einfach nur eure Kacke einsammeln. Oh, 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 scheiße. Jetzt kriegt ihr alle Angst, nö, jetzt habt ihr Pech. Ich lass euch jetzt die bösen Slimes, so. Super. Greifst mich auch an, du Arsch? So. Jetzt könnt ihr wieder glücklich sein. Was für dämliche Viecher. Nein, 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 sind die doof. Hier liegt noch ein bisschen Sleipkacke rum. Da ist noch ein Hühnchen, eins. So, da hinten war noch ins, ja. Jo, gut. Es läuft so langsam an hier. Aber das war es auch schon wieder von der Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst die Kommentare da. Ähm, schreibt mir in die Kommentare, was ich noch so alles machen, tun und lassen soll. Und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Bye! Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017